Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen, hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Heute möchte ich dir eine Episode aus meinem Leben erzählen, die wie eine Szene aus einem Hollywood-Film klingt. Tatsächlich hatte ein sehr reicher Mann mich zu Beginn meiner musikalischen Karriere in einer großen Kirche singen hören und wollte sich daraufhin mit mir, meinem Manager, den ich damals hatte, und Produzenten treffen. Ohne mit der Wimper zu zucken, bot er an, eine Million in mich zu investieren. Eine Million! Wäre ich in diesem Moment nicht gesessen, ich wäre glatt ohnmächtig geworden. Und dennoch blieb da so ein ungutes Bauchgefühl, ein sehr ungutes Gefühl. Und auch mein Produzent, den dieser Mann völlig unbeeindruckt ließ, sah nicht gerade glücklich aus. Machen wir einen Sprung in die Bibel. Vielleicht ist dir König Amasier von Judah kein Begriff, doch auch seine Geschichte steht in der Bibel. Und über ihn heißt es, Amasier tat, was dem Herrn gefiel, obwohl er ihm nicht von ganzem Herzen diente. Und weil er ihm nicht von ganzem Herzen diente, kam er auch immer wieder auf schräge Ideen. Zum Beispiel hatte er eh schon 300.000 Soldaten und wollte dennoch mehr. So bezahlte er viel Geld, um weitere 100.000 Soldaten aus Israel zu kaufen. In der Bibel heißt es weiter, da kam ein Prophet zu Amasier und warnte ihn, mein König, zieh ohne die israelitischen Truppen in den Krieg, denn der Herr ist nicht mit ihnen. Wenn du aber meinst, nur mit ihrer Hilfe stark genug zu sein, dann wird Gott euch in der Schlacht zu Fall bringen. Denn es liegt in Gottes Macht, den Sieg zu schenken oder in den Untergang zu stürzen. Amasier entgegnete, und was ist mit den 3,5 Tonnen Silber, die ich den Israeliten bezahlt habe? Der Bote Gottes antwortete, ist der Herr nicht mächtig genug, dir viel mehr als das zu geben? Ich muss dir wahrscheinlich nicht sagen, dass Amasier auch ohne die Soldaten aus Israel den Sieg errang. Und dass auch ich heute ohne diese Million auf meinem Konto meinen Auftrag leben darf, das ist auch kein Geheimnis. Genauso darfst du darauf vertrauen, dass du nicht mehr brauchst, als du im Moment hast. Denn es liegt in Gottes Macht, den Sieg zu schenken. Deswegen lass ihn allein deine Schritte lenken. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst. Ein Wunder für jeden Tag.